Altitude Drops. Die Übung lehrt euch effizient erstmal Energie absorbieren zu können und euren Körper, eure Körpermasse entschleunigen zu können. Was wesentlich ist, weil erst muss man die Bremsen sozusagen bauen und richtig entschleunigen und Energie absorbieren können, bevor man effizient Energie produziert, Kraft produziert und beschleunigt. Bei der Übung ist es wichtig, dass sobald ihr aufkommt, dass das Hauptgewicht auf dem Vorderfuß ist. Also zwischen Ferse und Untergrund können ruhig 1-2 cm platt sein, mehr aber auch nicht. Bei der Landung sollte das Gewicht gleichmäßig von den Muskeln aufgefangen werden und eure Schienbeine ungefähr parallel stehen zum Oberkörper. Untertitelung des ZDF für funk, 2017